Was ich an Europa großartig finde, ist, dass es eine echte Utopie ist. Also eine Utopie, bei der wir zusehen können, wie sie tatsächlich real wird. Also Fantastik-Autoren wie Jules Verne oder H.G. Wells, die konnten sich vorstellen, dass es Wirtschaftsverbände gibt, dass es sicherheitspolitische Verbände gibt, die gab es ja auch schon. Aber etwas, das von Frieden getrieben und durch den Willen zusammen friedlich leben zu wollen, entsteht, das ist einfach großartig. Ich finde es toll, bei einer Utopie zuzusehen, wie sie atmet und immer mehr lebt. Gefälligst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017